It's you and I Moin moin Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Green Hell Wieder im Dschungel Und ja Ich hab so ein bisschen überlegt, jetzt gerade so zwischen den Folgen, was sollte ich denn machen Und hab mir gedacht, teilweise ist es doch eigentlich am besten Erstmal das hier fertig zu bauen Allerdings haben wir momentan noch wenig Bäume, sag ich mal Nicht keine, aber wenig Die wir hier fällen könnten Bananas Ich wollte gerade sagen, geht nicht weg So Und von daher Denke ich, wir sind gerade ganz gut ausgerüstet Würde ich mal sagen, gehen wir so ein bisschen auf die Suche nach Kokosnüssen Die andere, da kriege ich gerade nicht Will er nicht Kein Platz, ey, ich hab die doch gerade alle weggesteckt Da wollte ich das sagen Wir werden jetzt hier nochmal kurz die Palme uns holen Und etwas herstellen Warum kann ich jetzt auf das Palmenblatt nicht zugreifen? Hallo Das geht, aber das Palmenblatt nicht Jetzt Jetzt geht's Komisch Und zwar würde ich gerne erstmal für das andere Bein auch noch Rüstung haben Drei waren es, ne? Und zwei Seile Und ich muss niesen Boah, ja moin, ey Gut Dann können wir uns jetzt Ne, untersuchen Ich kann's nicht nehmen, echt nicht Boah, komm schon Das ist ja alles immer aufeinanderstapelt dann, ne? Warum musst du das denn querlegen? Ich wollte gerade sagen, das geht doch auch längst Ich möchte mir gerne auch das andere Bein nochmal schützen So, die blenden wir auch wieder aus Den Fisch nehmen wir mit Den können wir nicht mitnehmen Weil unser Metall schon wieder voll ist, oder was? Gib den her Ja, was wir heute wollen sind Kokosnüsse Eventuell eine Schildkröte Wir haben ja hier vorne Wasser Ich habe halt die Hoffnung Dass es dort nochmal etwas gibt Ich hoffe auch, dass diese Sänger nicht so da sind Weil zum Lagerausbau gehört ja auch eine Grundversorgung sichern Also warten wir mal durch den Schlamm Falscher Knopf, den wollte ich Und holen uns Erstmal nochmal ein bisschen zu essen Oh, da hinten sind Sind da Bienen Da Da Könnten Bienen sein Ich muss vorsichtig sein, denn ich habe wieder eins vergessen Was ich gerade so sehe, wenn ich so unterwegs bin Und ich habe wieder nicht gespeichert Und hier eine große Katze Mal ein kurzer Ausflug Schon wieder eingeschissen und ab nach Hause Boah, leck mich doch fett Geh mal die andere Richtung Ich weiß auch nicht, ob die rumstreifen oder ihre festen Plätze haben Wo die immer so stehen Hier ist Wasser Kokosnuss Ja, voll Trinken Sammeln So, Stöcker nehmen wir natürlich gleich mit Und davon brauchen wir noch mehr als genug Naja, das Wasser hat sich so komisch gespiegelt Oh, ein Tukan Oh, geil Sammeln Das ist auch sehr praktisch Wildschweine Schön langsam, immer leise Das werden wir nachher wieder gefressen Vor allen Dingen, wenn die Sänger hier kommen Ich suche doch eigentlich nur diese orangenen Bären Bestimmt schon an drei vorbeigerahnt Die will ein bisschen lecker Fleisch geben Hallo Lianen So Also ich muss sagen, wir sind schon gut fündig geworden Was Essen angeht Zumindest Fleisch Sollten wir jetzt erstmal momentan wieder ein bisschen Ruhe dann haben Was ist da Achso, ein Gürteltier Ja, die haben Gott sei Dank Angst vor einem Da Die suche ich doch Ich glaube, das ist die Die, die schwimmt Wenn es das sein sollte, können wir jetzt erfolgreich nach Hause zurückkehren So, die Seite sind voll Das einzige, was mich jetzt noch freuen würde Wenn wir es finden, wären einmal Bananen Dann nehmen wir auch gerne nochmal Nüsse Unten wieder an der Bähne Ich habe doch schon wieder die Meldung mit Egel gekriegt Jawohl Was wird da nochmal haben, sind Krebse Die im Unterholz zu sehen, ist auch nicht einfach Oder die zu treffen So, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück Wir bewegen uns jetzt in der Richtung Langsam nach Hause Denn wir wissen ja eins Hier haben wir vorhin noch eine Katze gehört Oh, hier ist eine Höhle Ich habe keinen Bock, schon wieder zerfleisch zu werden Von einem Puma oder sonstigem Aber bei unserem Glück Oh, wir haben Glück Jetzt renne ich mal kurz Okay Leute, ganz erfolgreich Würde ich ja mal sagen Haben wir uns rausgetraut Das heißt, wir können jetzt vielleicht noch ein paar Minütchen am Häuschen weiterbauen Feuer schon wieder alle Wir gehen auf unsere Betränkungsanlage Das können wir essen Schmeißen wir einmal raus Gehen wir ein Stück nach rechts Und gleich nochmal hinterher Ja, wie ihr seht, essen Ist ganz gut Die Apfelschnecke ist kaputt Das ist nicht schlimm Kann ich die da nicht auch einfach liegen lassen? Nochmal ein neues Feuer herstellen Wollen wir jetzt ein Feuer machen? Ja, los Ich würde gerne Feuer haben, was nicht ständig ausgeht So Und jetzt Was ist hier? Es hat bisher die ganze Zeit geregnet So Denn wir haben Fleisch Das werden wir jetzt drauflegen Wir haben es auch schon wieder Nacht Maximum nehmen Ich würde jetzt nämlich gerne noch das hier fertig machen Oh geil Guck mal, da sind schon wieder zwei große Fische drin Unter dem Stein Weißt du, da ist noch ein Stückchen Okay Fleischmäßig sind wir jetzt wirklich Leute, super aufgestellt gerade Dann müssen wir mal gucken Ob wir da hinten noch ein paar Bäume finden Die wir abholzen können Um wirklich hier den Rest dann aufzubauen Ich trinke jetzt erstmal nochmal eine Runde Die Kokosnuss hier vorne nicht ganz so gut Quatsch untersuchen wollte ich mich nicht Wir schlafen Zumindest ein bisschen So Sollte es ein bisschen heller hoffe ich sein Ja, das sieht schon gut aus Dass ihr nachher auch auf YouTube was sehen könnt Weil wenn es immer so ganz duster ist Ist es immer gar nicht so einfach So Ist einfach so dämlich aus, ne So, dann Knallen wir hier mal alles weg Vielleicht sollte ich echt mal Lehm anfangen Um hier Kisten zu bauen Weil das Gute ist Die haben irgendwie keine Verderbszeit Oh, jetzt habe ich ob sie weggeschmissen Na ja gut Ja, da liegt jetzt ein riesen Haufen Müll Das essen wir auf Und dann Gucken wir doch mal Dass wir vielleicht noch ein paar Bäumchen gefällt kriegen Wir brauchen ja noch ein paar lange Äste Holzscheite Liegt hier auch noch rum Okay Du bist doch so ein Fellbaum, ne Na So, dass wir uns denn Ich meine, Rüstung haben wir schon mal ein bisschen Holzscheite Soll ich die Los, ich bringe jetzt erstmal die Holzscheite rein Da war auch noch eins Noch brauche ich sie nicht Bleiben da unterliegen Ey, was hier an Ästen rumliegt Man stolpert doch und fällt hin So, dann können wir die gleich wieder reinlagern So Langer Stock Drei Stück Gab es Wie es aussieht So Hier vorne nicht Ich will gerne mal hier hinten Okay Zwei Stück noch Dann brauchen wir bloß noch Palmen Die Wände sind mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so wichtig Da steht noch ein Holzscheit Aber wir müssen irgendwann auch nochmal los auf Sian holen, ne Mit wenigstens dieses einigermaßen gute Werkzeug haben Ey, jetzt stehen die langen Stöcke hier mal überall rum oder was So Jawohl Wie gesagt, Wände noch nicht ganz so wichtig Ähm, Tagebuch, ne Und auch hier noch ein Palmendach Dann holen wir jetzt noch Palmen Dann würde ich hoffen, dass wir sagen können, das Haus ist erstmal soweit durch Wir konnten mal eine kleine Reise machen und das Haus bauen Ich würde sagen, wir haben hier kaum allerdings noch Palmen, ne Wir roden hier einfach alles nieder Na los, sammeln Die hängen hier alle in der Luft irgendwie noch Ich bring die erst jetzt erstmal zurück Dann müssen wir uns wieder untersuchen, weil wir schon wieder einen Blutegel haben Dass das hier keine Palmenblätter sind, verstehe ich nicht Auch wenn die so klein sind Die funktionieren doch trotzdem Äh So So, wo sind sie? Palmenblatt, Palmenblatt, Palmenblatt Na, da habe ich doch noch eins trockenes So, grün auf grün auch super zu sehen Ja, gut Es könnte echt mal aufhören zu regnen, ne So, mal einmal die anders hinlegen So, liegen sie doch wesentlich angenehmer Kann man durchweg trinken Ja, wir sind gut gesättigt Das sind wir auf jeden Fall Habe ich nicht sogar schon so ein Lehmding unten gebaut Ich brauche lange Stöcke Komm Ansonsten müssen wir unten auch nochmal so ein Lehmteil bauen Das kann nicht sein Manchmal geben die dicken Äste keine von diesen Stämmen Und die dünnen Dinger hier geben jetzt Stämme Ich werde nicht mehr Warum kriege ich hier Holzscheite? Meine Güte Gut, ich meine Irgendwann brauchen werden wir sie garantiert wieder Wer weiß, was das noch alles so Gibt Das ist ein langer Stock Ach, guck Hier habe ich ja vorhin auch nochmal Palmenblätter hingepackt Mein ganzer Müllhaufen, der so langsam wegrollt Und das hier, Stöcke Hoppa Das kommt, ich will noch Hier muss doch noch Ich wollte gerade sagen, hier muss doch noch irgendwo Ja, hier nochmal Holzscheite sogar Steht hier noch irgendwo ein langer Stock rum Ein Holzscheiten mit einem Stock, ja Alter, was liegen denn hier an Holzscheiten rum? Hier ist noch ein langer Gut Freunde, ich würde sagen Das reicht dann auch für heute Wir haben noch wieder gut was geschafft Ich baue mir meine Mauer selber hier Ist das jetzt kaputt gegangen? Guck mal, dann genießen wir jetzt erstmal Diesen schönen Sonnenaufgang Sieht doch herrlich aus Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich für das Einschalten Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo da Ihr wisst, damit unterstützt er uns sehr Und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Also bis denn dann Ciao, ciao Ciao